Das Besondere an der Ausbildung bei Sartorius ist, dass wir ein sehr internationales und wachsendes Unternehmen sind. Dies bietet den Auszubildenden viele Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir haben ein Ausbildungslabor und zwei Ausbildungswerkstätten, in denen sie viele Dinge ausprobieren können. Und in den Fachabteilungen können unsere Auszubildenden im Projekt mitarbeiten, Verantwortung übernehmen und auch ihre eigenen Ideen einbringen. Für viele ein wichtiger Punkt ist, dass wir mit unseren Technologien dazu beitragen, dass mehr Menschen Zugang zu besserer und bezahlbarer Medizin bekommen. Damit sind wir Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten wie Krebs oder Demenz. Sartorius bildet aktuell an drei Standorten aus, in Göttingen, Luxhagen und Ulm. Wir haben 19 verschiedene Ausbildungsberufe und sechs duale Studiengänge im gewerblich-technischen, naturwissenschaftlichen, IT und im kaufmännischen Bereich. Mein Tipp für Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Berufswahl ist, dass sie sich möglichst gut informieren, dass sie die Möglichkeiten von Berufsinformationsveranstaltungen messen, Schulbesuche nutzen und auch Praktika absolvieren, um möglichst viele Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen und dann herauszufinden, welcher Beruf zu ihnen passt und sich nicht davon beeinflussen zu lassen, was andere machen. Nach der Ausbildung gibt es viele Möglichkeiten für unsere Auszubildenden. Wir haben eine sehr hohe Übernahmekrote und man kann sich innerbetrieblich weiterbilden, kann verschiedene Schulungen, Seminare besuchen. Es gibt auch die Möglichkeit berufsbegleitend zu studieren oder in einer von unseren Auslandsgesellschaften bitte zu arbeiten. Vielseitig, modern, partnerschaftlich.